Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Eine junge YouTuberin hat eine Challenge gestartet, die ich unterstütze bezüglich Corona. Schaut es euch dann bei ihr an. DJ Quixi heißt die. Ich mache vielleicht auch einen Link hier unten rein in die Beschreibung. Es geht einfach darum, es gibt ja viele Wissenschaftler und die sagen, dass jeder im Prinzip bereits infiziert sein könnte, theoretisch, und damit auch andere anstecken kann. Und die auch sagen, wenn du eine Maske trägst, sobald du rausgehst und in der Nähe von anderen Leuten kommst, dann schützt das dich zwar nur bedingt, weil die Augen immer noch frei sind, aber du schützt halt sehr stark andere Leute, weil du ihnen einfach nicht mehr deine Spucke ins Gesicht spuckst oder anhustest oder sonst was. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde immer einen Schal tragen, ganz einfach. Und wenn ich irgendwo in die Nähe von anderen Leuten komme, voll drauf. Und dann bin ich auch ein Masked Ratter. Yay. Okay, das war's schon. Teil dieses Video, Kommentar hinterlassen, eigene Ideen, vielleicht auch kreativ selber Masken bauen. Ich glaube, das ist eigentlich vielleicht sogar die eigentliche Challenge. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf alle Fälle, ja, werde zu maskierten Retter. Okay, bis zum nächsten Video. Euer Autofritz. Ciao, ciao.